Und wieder ist er unterwegs. Auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. In diesem Waldstück am Zolliger Berg streift er herum. Erich Hauert. Zweifacher Frauenmörder auf Hafturlaub, 34 Jahre alt. Hier lauert er auf sein nächstes Opfer. Als die 20-jährige Pascal Brumann vorbeikommt, gibt es für sie kein Entrinnen. Der Mordfall hat sehr viel bewirkt. Das ist so eine Art Wende in der Schweizerischen Kriminalpolitik. Der Strafvollzug wurde verschärft. Man hat angefangen, über gemeingefährliche Täter anders zu denken. Ja, es hat auch auf die Gesetzesrevision, also auf die Änderung des Strafgesetzbuchs, einen drastischen Einfluss gehabt. Die Mutter wird diesen Samstagmittag nie vergessen. 13 Jahre sind seither vergangen. Pascal hat die letzte Pfadeinübung gehabt und hat abgemacht am 1 Uhr in Zollica unten. Ich habe dann gesagt zu einer, ich würde dich schon runterfahren. Aber sie hat gefunden, sie gehe ich in den Velowag. Das ist unsere Verbindung zu Zollica. Das ist etwa 10 Minuten dort ab. Und das sei kein Problem. Und fürs Autofahren, das sei nicht gut. Umweltschutz und so. Sie war ja so ein bisschen angehaut. Und dann ist sie gegangen, hat Adi gesagt. Doch bei ihren Pfadifreunden kommt Pascal nie an. Denn auf diesem kurzen Waldweg, ganz in der Nähe von Häusern und Strassen, trifft sie auf ihren Mörder. Pascal war sehr gewisshaftig. Und wenn sie gesagt hat, ich bin um vier Uhr da oder um fünf Uhr, und sie ist nicht nach Hause gekommen, dann hat sie uns immer benachrichtigt. Darum wusste ich, irgendetwas stimmt nicht, wo sie dann nach den Vieren nicht da war. Und dann bin ich aber selber sehr nervös gewesen. Und die haben dann angefangen, rumzutelefonieren. Und irgendwo ist es, hat man es irgendwie nicht mehr fassen können. Die Zeit hat man nicht mehr irgendwo reinstufen. Und dann habe ich halt angefangen, an der Polizei anrufen. Polizei und Eltern suchen nach Pascal. Irgendwo in diesem Waldstück ist sie verschwunden. Nach einer langen Nacht wird Pascal Brumann am nächsten Tag gegen Mittag gefunden. Für mich als Mutter ist es noch schlimm gewesen, weil man hat einfach gerufen, man hat etwas gefunden. Und alle zurück. Und irgendwie, auch ich habe müssen zurückgehen, und ich bin in diesem Wald gestanden. Und irgendwie, man hat dann gesagt, man hat etwas gefunden, aber eigentlich nie gesagt, dass das Pascal ist. Aber irgendwo spürt man es, dass das so Tochter ist. Und irgendwie, einfach, man muss dann warten, warten, warten. Und dann darf man einmal schauen, man darf nur schauen, nicht einmal ans Ahr gehen. Und man kann einfach nur dort stehen und sagen, ja, sie ist sie oder sie ist sie nicht. Und das ist wahnsinnig, so macht das Gefühl. Man darf nicht anlangen, man darf nicht in die Ärmel nehmen, man darf einfach nichts. Peter Weber, Ermittler bei der Kantonspolizei Zürich, erinnert sich noch genau an jenen Tag. Die Frau ist hier bei diesem Baumstrunk zugelegen, in der natürlichen Mulde, die man hier sieht, hat zugedeckt mit Ästen und Laub. Nur ein kleiner Teil des Körpers war sichtbar. Die antroffene Situation hier im Wald, dann die Verletzungen am Opfer, die man gesehen hat, haben dort den Polizeifotografen auf ein Ereignis aufmerksam gemacht, typisch, das gleichgelagert war, nämlich vor elf Jahren, als man im 82, in einem Waldstock in Talwil, eine 27-jährige Studentin gefunden hat. Die Frau hatte schwere Schnittverletzungen am Hals, beigebracht durch das Schneid, Stichinstrumente, und das war eindeutig ein Sexualdelikt. Wir haben den Fundort abgesucht, nach Spuren einerseits, und haben dann auch Fussabdruckspuren gefunden, in der Form von einer spitzzulaufenden Sohle, die man annehmen musste. Das sind Cowboy-Stiefel. Und man hat dann festgestellt, dass der Tatort, etwa 35 Meter von hier weg, weit oben, war, wo Howard die Frau umgebracht hat. Schon am Tatort fällt der Verdacht auf Erich Howard. Seine Handschrift ist unverkennbar. Doch eigentlich sitzt Howard im Zürcher Gefängnis Regensdorf, verurteilt zu einer lebenslänglichen Strafe. An diesem Wochenende aber hat er einen zweitägigen Hafturlaub. Am Samstagabend kehrt er ins Gefängnis zurück, als sei nichts geschehen. Doch schon zwei Tage später holt ihn die Polizei dort ab. Man hat dann den Erich Howard zuführen zu der Polizei und hat ihn dort überprüft, also man hat seine Person überprüft, schaut, ob er verletzt war, dann Kleider sichergestellt, Dauer sichergestellt und hat dann, nachdem er bei uns intern durch die Labor durchgegangen ist, hat man dann das Institut für Rechtsmedizin gebracht für die medizinischen Untersuchungen und Abklärungen. Am Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich wird nach Beweisen gesucht. Erich Howard hat nach der grausamen Tat seine Kleider gewechselt, viele Spuren beseitigt. Doch etwas hat er vergessen, seine Armbanduhr. Hier finden die Spezialisten blutverdächtige Spuren. Von wem stammen sie? Eine DNA-Analyse liefert den zweifelsfreien Beweis. Weil der Verdacht so schnell auf Howard fällt, kommt er nicht mehr dazu, seine Uhr zu reinigen. Wir haben dann eine Beweiswertberechnung gemacht. Dort ist herausgekommen, dass die Blutspur an dieser Uhr, an dem Uhrenarmband, 1,3 Millionen Mal änder von Pascal Brumann stammt als von einer anderen, unbekannten, unverwandten Person. Dieser Bluttest überführt Howard. Sein Lügen ist nutzlos. Er legt ein Geständnis ab. Wie kein anderes Verbrechen löst der Mord vom Zolliker Berg eine Welle der Empörung aus. Vor allem als bekannt wird, Howard ist ein Wiederholungstäter, verurteilt zu lebenslänglich. Zwei Frauen hat er schon umgebracht. Und jetzt, im Hafturlaub, mordet er wieder. Sein drittes Opfer, die 20-jährige Pfaddeführerin Pascal Brumann. Der grausame Mord an Pascal Brumann bewegt die Herzen. Zolliker Berg trauert. Alle protestieren stumm gegen die sinnlose Tat. Die leidgeprüften Eltern sind plötzlich mit Fragen des Strafvollzugs konfrontiert. Mit Gefängnissen und Rechtsprechung. Einer Welt, die ihnen fremd ist. Sie haben ihr Kind verloren und versuchen zu verstehen. Ich konnte es lange nicht einordnen. Ich war immer der Auffassung, wenn jemand eine schwere Tat gemacht hat, was es auch immer ist, muss er drinbleiben. Und der kommt nicht raus bis zum Tag X, wo seine Strafe abgeflogen ist. Ich war immer der Auffassung, lebenslänglich ist lebenslänglich. Als ich dann schalten habe, dass lebenslänglich 15 Jahre sein könnte. Wenn einer sich noch gut benehmen kann und einen hohen IQ hat, dann kommt er noch früher raus. Und bei der Richter oder respektive bei ihrer Vollzugspersonen ein lieber Mann ist, dann hat er noch Chancen, dass er ein gutes Bild davon bekommt. Und das kann er noch früher abwischen. Wir haben uns dann hinterfragt, wieso wird der in Urlaub geschickt. Und wir haben dann auch sein Urteil gelesen und haben gefunden, aber das heisst ein extrem gefährlicher Täter, der nicht therapierbar ist und erst noch eine Verwahrung hat. Wieso wird so einer nach fünf Jahren in Urlaub gelassen? Und dann habe ich einfach immer wieder nachfragen, nachfragen, nachfragen. Die Antworten aber, die die Eltern auf ihre Fragen bekommen, sind widersprüchlich und irritierend. Jetzt beginnt der lange Kampf der Mutter. Sie sucht nach den wahren Schuldigen. Wieso bekam Howard Hafturlaub? Wer hat den Tod ihrer Tochter zu verantworten? Der Gefängnisdirektor verteidigt die Urlaubsregelung. Das sei gängige Praxis, auch in allen anderen Strafanstalten. Wenn man keinen Urlaub mehr gibt, dann verschiebt man sicher gefährlich einfach auf den Zeitpunkt der Entlassung. Aber man vergrössert sie letztlich. Da sind sich glaube ich alle Experten einig. Etwas anderes ist, wenn der Gesetzgeber tatsächlich will, dass Gefangene, die in schweren Mass Sexualdelikte gemacht haben, nicht mehr rauskommen. Also quasi bis zum Lebensende wirklich. behalten werden, dann gibt es keine Begründung mehr für einen Urlaub und eine Vollzugslockerung. Justizbeamte, Psychiater und Gefängnisdirektoren entscheiden über Hafturlaube. Sie alle sind sich keiner Schuld bewusst. Der Hafturlaub soll die Gefangenen auf ihre Entlassung vorbereiten. Bis für gemeingefährliche Täter wie Erich Hauert. Christian Schwarzenegger, Professor an der Universität Zürich, hat den liberalen Strafvollzug der 80er-Jahre untersucht. Damals ist mir von einer humanistischen Grundhaltung ausgegangen, dass jede Person eine zweite oder dritte Chance braucht, dass man sie resozialisieren will, dass man alles unternehmen muss, damit sie wieder in die Gesellschaft zurückkehren kann. Das heisst, dass Einsperren und Abschliessen und Schlüssel wegschmeissen die Auffassung hat es nicht gegeben. Im Gegenteil, man hat versucht, möglichst schnell Vollzugslockerungen einzuführen, beispielsweise jemanden in Urlaub zu lassen, also das heisst einen Freigang ausserhalb der Maure, mit der Zeit vielleicht sogar jemanden in eine offene Strafanstalt überführen und auch möglichst schnell wieder zu einer bedingten Entlassung zu führen. Die Stimmung dort war schon so, dass man gemeint hätte, man könne alle Schwerverbrecher irgendwann schon noch auf den rechten Pfad bringen und hat einfach alle herumgedökt und psychiatrisiert und psychologisiert und in Therapien geschickt und ist einfach davon ausgegangen generell, man bringt den irgendwie schon wieder einigermassen auf China. Bei Erich Howard aber hätten die Behörden besser aufpassen müssen, denn er ist ein gemeingefährlicher Sexualmörder. Bei seiner ersten Verurteilung warnt das Gericht ausdrücklich vor seiner Gefährlichkeit. Howard zeigt eine abnorme seelische Entwicklung, die kaum therapierbar ist. Über seine Straftaten spricht er nicht, wirkt gelangweilt. Statt Reue zu zeigen, hat er gegähnt. Howards blutige Karriere beginnt mit knapp 20 Jahren. In Wäldern, bei Vitaparcours und Spazierwegen passt Howard seinen Opfern ab. Bewaffnet mit einer Luftpistole oder einem Messer, ausgerüstet mit Klebeband oder Seil. Meist handelt er nach dem gleichen Muster, entwickelt eine Art Handschrift. Er überfällt Frauen, fesselt sie, versucht sie zu vergewaltigen, wird immer brutaler. Seine Lust ist das Quälen. Elf Frauen hat er so gepeinigt. Im April 82 tötet er eine Studentin. Nur acht Monate später eine 72-jährige Frau. Eine grauenvolle Serie von Gewalttaten, die erst aufhört, als er 1983 zum ersten Mal verhaftet wird. Hauert wurde bei einem Postüberfall gefasst. Die Basler Kollegen betten um eine Hausersuchung. Wir haben Bankbücher gefunden von einer Frau, die festgestellt hat, dass sie im Kaiser umgebracht wurde. Das war eine 72-jährige Frau. Sexualdelikt. Für all diese Taten wird Erich Hauert zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Doch kaum zu glauben. Nur vier Jahre nach diesem Urteil ist er auf Hafturlaub. Vor diesem allzu lockeren Strafvollzug warnte der damalige Oberstaatsanwalt Pius Schmid wiederholt. Man hätte einfach generell vorsichtiger sein bei bedingten Entlassungen und bei Urlaub. sich nicht auf Therapeuten verlassen, die den betreffenden Leuten nahe stehen und sie vielleicht positiv beurteilen, sondern vor allem, wenn es um Leute geht, die besonders gefährlich sind, dass man dann auch noch die Meinung von einem externen Fachmann einholt. Als politisch verantwortlicher gerät der Zürcher Justizdirektor Moritz Leuenberger unter Druck. Es ist das Allerschlimmste, was mir in meinem ganzen Beruf und in meiner ganzen politischen Laufbahn je geschehen ist. Jetzt handelt der Justizdirektor. Er verschärft das Haftregime. Ich habe sofort alle Urlaube sperren, sogar solche, die ihnen schon versprochen hatten, haben nicht gehen. Ich muss sagen, sicher ist das auch eine gewisse Überreaktion in so einem Schock. Das darf man sich nicht nur vorwerfen, es ist vielleicht sogar etwas erwartet worden, dass ein Zeichen gesetzt worden ist. Und daneben habe ich die tiefere Frage, die ja eigentlich dahinter steckt, wie behandelt man solche Leute, wie kann man den Strafvollzug so organisieren, dass mit den Gesetzen, die einem zur Verfügung stehen, die sind eben nicht so absolut, wie viele Leute das gerne hätten, wie geht man mit dem um? Was muss sich ändern im Strafvollzug? Diese Frage wird zum öffentlichen Thema, an dem sich auch Janett Brumann beteiligt. Im Club trifft sie den Justizdirektor und den Gefängnisdirektor von Regensdorf. Der Eindruck von diesem Gespräch könnte ihr so eine Art wie ein Schlusswort geben? Ich hoffe einfach, dass der Tod unserer Tochter die Leute rüttelt und überdenkt, dass das nicht sinnlos war, wie die anderen Toten, die Treibtätern, sondern dass man rüttelt und sagt, da muss etwas passieren. Nicht einfach, dass nach einem halben Jahr wieder gleich ist und dann lassen. wir wieder raus. Ich hoffe einfach, dass wirklich nichts passiert. Es geht mir wieder für stark. Da komme ich echt Angst drüber. Woher nehmt ihr Kraft, dass ihr heute Abend hier bei uns sitzen? Ich glaube, das ist unsere Tochter. Sie war eine Aufrechte und Starke und hat sich immer gewehrt für die Schwachen. Wie sie gesagt hat, wir müsse in sicheren gehen. Das hat unsere Tochter alles zusammen gehabt. Trotzdem ist sie von so einem Täter. Sie hat null Chancen gehabt. Danke Frau Blumann, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke allen anderen für das Mitdiskutieren. Das war der Zissichs Club. Guten Nacht miteinander. Nach diesem Auftritt kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Leserbriefe klagen an. Frauen und Kinder haben ein Recht auf Schutz. Schlamperei im Strafvollzug. Nicht heilbare Gewalttäter gehören bis an ihr Lebensende hinter Schloss und Riegel. Bevor man Wiederholungstäter in Hafturlaub schickt, sollte man sie kastrieren. Mit dem Messerstecher- Inserat versucht die SVP aus dieser Stimmung politisches Kapital zu schlagen. Justizdirektor Moritz Leunberger wird immer stärker kritisiert. Er ist auf dem Sprung nach Bern und will Bundesrat werden. Da kommen diese Vorwürfe höchst ungelegen. Die Vorwürfe aus parteipolitischen Gründen gehört dazu. Das erlebe ich ja auch bei Unfällen, die mit meinem heutigen Infrastruktur Departement zu tun haben. Wichtig ist, dass man in so einem Moment die Verantwortung in der Sache wahrnimmt. Ich habe das in verschiedener Hinsicht getan. Das ganze Strafvollzugswesen wurde sehr verändert. Leunberger setzt eine Expertenkommission unter der Leitung von Staatsanwalt Bertschi ein. Denn Hauert ist kein Einzelfall. Es gibt zu viele Rückfälle gefährlicher Täter. Wir sollten in erster Linie die gemeingefährlichen Täter, die Berufskriminellen und die Kriminaltouristen im Strafvollzug kritischer führen, kritischer bei der Urlaubsgewährung und bei der bedingten Entlassung sein. Und dann sollten wir dort, wo Urlaube gewährt werden, immer bei diesen anderen. Hier sollten wir die Urlaube besser strukturieren und besser kontrollieren. Von jetzt an entscheiden externe Fachkommissionen über Hafturlaube. Denn gemeingefährliche Täter können ihre Bezugspersonen allzu 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 leicht täuschen. Auch die Gefängnis Psychiatrie ist im Umbruch. Frank Urbaniok entwickelt neue Konzepte und Therapien für Gewalt und Sexualstraftäter. Gefährlichkeitsprognosen werden eingeführt. Heute hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass es Täter gibt, die nicht therapierbar sind. Die Nicht Therapierbarkeit zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass ein sehr hohes Risiko besteht für sehr schwere Straftaten und gleichzeitig das, was das Risiko in der Persönlichkeit ausmacht, sehr stark verankert ist in der Persönlichkeit. Meistens sind es lange Vorgeschichten und deswegen wenig Ansatzpunkte für Veränderungen da sind. Zum Beispiel jemand, der vielleicht seit jungen Jahren sadistische Fantasien hat und durch das Quälen von Menschen erregt wird, der schon oft das auf der Handlungsebene getan hat, der wenig Problemeinsicht hat, das heißt eigentlich nicht wirklich das als ein Problem ansieht, sich vielleicht schlecht in andere Menschen einfühlen kann. Also wenn viele dieser Faktoren zusammenkommen, eine Zusammenballung von negativen Faktoren, dann ist irgendwann die Grenze der Nicht-Therapierbarkeit erreicht. Erst Jahre nach dem Mord an Pascal Brumann geht man davon aus, dass auch Erich Hauert zu den nicht-therapierbaren Tätern gehört. Drei Jahre nach der schrecklichen 1996 am Obergericht zum Prozess. Staatsanwalt Pius Schmid klagt auf Mord, versuchte Vergewaltigung und Freiheitsberaubung. Noch einmal blickt man auf die schreckliche Tat zurück. Erich Hauert hat Hafturlaub. Am Samstagmorgen ist er in Zürich. In der Migros am Löwenplatz kauft er ein Messer, Klebeband und Brötchen. Mit dem Elvertram fährt er in Richtung Zollikerberg. Diese Gegend kennt er gut. Denn dort besucht er seit längerem seinen Psychotherapeuten. Die Therapie hat im Gefängnis angefangen. Als sich der Psychologe selbstständig macht, darf Hauert die Behandlung in Zollikerberg fortsetzen. Auch dafür bekommt er Hafturlaub. In der Therapie spricht er über seine schwierige Kindheit mit einer langen Heimkarriere. Sein Therapeut macht keine Notizen, lässt sich täuschen und unterstützt Hauerts Urlaubsgesuche. Auf seinem 103. Hafturlaub passiert es. In diesem Waldstück am Zollikerberg wartet er auf sein Opfer. Pascal Brumann hat keine Chance. Es ist offensichtlich, dass Erich Hauert ein Sexualstraftäter ist, der in die Kategorie der Serientäter fällt. Häufig handelt es sich bei solchen Serientäter um Personen, die eine sogenannte chronifizierte Vergewaltigungsdisposition haben. Das bedeutet, sie empfinden die gewaltsame Sexualität als attraktiv, als erregend. Meistens ist es dann so, dass das in der Fantasie immer und immer wieder durchgespielt wird. Das ist eigentlich das, was wir auf der Verhaltensebene in den Taten sehen, wie die Spitze vom Eisberg ist. Und darunter gibt es Stunden, hunderte, tausende Stunden, in denen das durchfantasiert worden ist. 1996 ist der Strafvollzug bereits massiv verschärft. Howard wird für immer hinter Schloss und Riegel bleiben. Das Urteil lebenslängliches Zuchthaus und Verwahrung. Verwahrung ist eigentlich vom Konzept her etwas Strengeres, etwas Gravierendes. Es soll nur im letzten Moment, wenn man kein anderes Mittel mehr hat, eingesetzt werden. und es bedeutet, und da muss man noch differenzieren zwischen früher und jetzt, es bedeutet eigentlich, dass man jemanden, der gefährlich ist, so lange inhaftieren will, bis die Gefahr nicht mehr existiert. Und das kann eben auch heissen, bis zum Tod. Der Mörder ihrer Tochter sitzt für immer hinter Gittern. Doch für die Eltern ist der Fall nicht abgeschlossen. Sie kämpfen weiter. Viele Fragen wirft die Psychotherapie von Howard auf. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, als ich gehört habe, dass der Psychologe die Krankengeschichte vom Hauer nicht lesen wollte, also die nicht einbeziehen. Er fand, er seine Klienten unbelastet behandeln, ohne zu wissen, was er eigentlich vorher gemacht hat. Das ist für mich eine naive Sache, bei so einer Gefährlichkeit Täter. Er hat irgendwie auch vom Therapieverlauf keine Notizen gemacht. Und ich finde, da müsste man ja schon ein Elefantenhirn haben, dass man sich überhaupt daran erinnern kann, was er jetzt zum Beispiel in der zehnten Sitzung oder in der ersten Sitzung, was hat sich dort verändert. Sitzung, weil man das ja auch sehen muss. Die Gesprächsprotokolle sind ja auch wie ein Beweis, wie sich zum Entlasten müssen wir das ja eigentlich sehen. Und das darf man einfach nicht so etwas Naives glauben. An Menschen glauben, an gute, normale Menschen, aber doch nicht bei so einem gefährlichen Menschen. Wer hat den fatalen Hafturlaub genehmigt? Wer trägt die Schuld am Tode ihrer Tochter? Die Eltern lassen nicht locker. Sie holen sich Unterstützung bei Rechtsanwalt Illeri. Er untersucht Tausende von Aktenseiten, investiert über 1300 Stunden in den Fall, stößt auf immer mehr Ungereimtheiten. Wieso gibt es keine Akten über die Therapie von Howard? Jetzt klagt Attila Illeri die Beamten an. Ich wusste nicht, was sie überhaupt im Strafvollzug gemacht haben. Nach welchen Kriterien wurde seine Gemeingefährlichkeit beurteilt? Wie wurde seine psychische Situation analysiert und begutachtet? Alles war nicht vorhanden, sodass ich davon ausgehen durfte, es wurde geschlampt. Staatsanwalt Andreas Keller doppelt nach. An einer Pressekonferenz begründet er seine Klage gegen die hohen Justizbeamten. Bei aller Zurückhaltung betreffend Beweiswürdigung – die Angeklagten werden natürlich anderer Meinung sein – hat sich bei mir der Eindruck bestärkt, dass in der Strafanstalt ein bisschen Attupri resozialisiert und therapiert worden ist. Und mit dem Attupri meine ich eben halt auch unter Inkaufnahme zu grosser Risiken. Das hat es noch nie gegeben. 1999 müssen sich Justizbeamte vor dem Obergericht verteidigen. Im gleichen Saal, wo auch der Prozess gegen Howard stattgefunden hat. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung sind der Gefängnisdirektor, der Therapeut von Howard, der Gefängnispsychiater, der stellvertretende Generalsekretär der Justizdirektion Zürich. Dieser Fall war ein erstmaliger Fall in der Schweiz. Es gibt im Ausland kaum Beispiele, dass Gefängnisdirektoren, Psychiater oder Justizbeamte für einen Tod mitverantwortlich gemacht werden sollen, der einen schweren Delinquenten ausgeführt hat auf Urlaub. Das Problem damals war, dass man einen Auftrag hatte, alle Leute möglichst zu reintegrieren und damals auch von der Fachkenntnis her, die Gefährlichkeit nicht so einschätzen konnte, wie man das heute macht. Das Urteil des Obergerichts, Freispruch für alle Angeklagten. Der gewährte Hafturlaub sei aus damaliger Sicht nicht fahrlässig. Fehler seien passiert, doch diese sind strafrechtlich nicht relevant. Als ich gehört, dass die Beamten alle freigesprochen worden sind, war ich am Boden zerstört. Für mich ist das eigentlich, ich habe immer um Gerechtigkeit gekämpft und mussten feststellen, dass Recht und Gerechtigkeit überhaupt nicht zusammenpassen, sondern das Recht sagt etwas, was ist, aber Gerechtigkeit ist völlig irgendwo, das ist in unseren Köpfen, der stattfindet. Ich konnte das wirklich nicht mehr fassen. der Kanton bezahlt der Familie Brumann eine aussergerichtliche Abfindung von 980.000 Franken und gibt so eine Art moralischer Mitschuld zu. Rund sechs Jahre lang hat die Mutter unermüdlich gekämpft. Vieles hat sie erreicht. Auch andere Mütter haben angefangen zu kämpfen, gehen mit ihren Forderungen noch weiter. Anita Schaban und ihre Schwester lancieren 1998 die Verwahrungsinitiative. Sie stossen auf breite Akzeptanz. Wir haben die Initiative lanciert, um verhindern, dass in Zukunft durch rückfällige Sexualstraftäter wieder so Verbrechen passieren, wie mit dem Gottenkind passiert ist. Auch Katja Fetsch wurde das Opfer eines Sexualstraftäters. Als 13-Jährige wurde sie entführt und vergewaltigt. Elf Jahre sind seit hier vergangen. Für Katjas Mutter ist die Tat noch sehr präsent. Hier, an diesem abgelegenen Bachbett, sollte Katja ermordet werden. Er hat Katja Schlingen um den Hals gelegt, hat zugezogen. Man hat Spuren noch lange nachher gesehen. Sie hat sich dann tot gestellt und unter das hat sie überleben. Katja kann den Täter genau beschreiben. Er wird verhaftet. Er hat schon andere Mädchen misshandelt. In Österreich wird er zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Mütter stecken all ihr Herzblut in die Initiative. Fast im Alleingang sammeln sie 200.000 Unterschriften. Die Initiative ist radikal und fordert die lebenslange Verwahrung von nicht therapierbaren, extrem gefährlichen Sexual- und Gewaltstraftätern. Namhafte Juristen kritisieren den Text. Verwahrung ohne regelmässige Überprüfung, das lässt sich rechtlich nicht umsetzen. Die engagierten Mütter und Hausfrauen werden nicht ernst genommen. Zu Unrecht, denn sie treffen den Nerv der Zeit. Im Jahre 2004 wird die Initiative angenommen. Doch heute, ganze drei Jahre später, ist die Initiative immer noch nicht umgesetzt. sie verstoße gegen die Menschenrechte. Man hat in dem Fall die Initiative geprüft und am Volk vorgelegt und das Volk hat sie entgegen allen politischen Parteien und auch entgegen der Regierung angenommen. Und jetzt haben wir einen Auftrag, der hängig ist, das Strafgesetzbuch umzusetzen. Der Nationalrat, der das Geschäft angenommen hat, allerdings in seiner Rechtskommission entschieden, das können wir gar nicht völkerrechtskonform umsetzen und ist darum nicht darauf eingetreten. Wir sind also in einer blockierten Situation. Wie die Verwahrungsinitiative umgesetzt werden kann, bleibt offen. Sicher ist, dank der Initiative wurde die Verwahrung im neuen Strafgesetzbuch massiv ausgeweitet und verschärft. Die Zahl der verwahrten Gewalt- und Sexualstraftäter hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Kaum einer wird entlassen. Die Folge überfüllte Gefängnisse. Die Gewährleistung von Sicherheit für die Bürger ist eine zentrale Herausforderung für jede Gesellschaft. Und ich glaube, die Gesellschaft ist aufgerufen, alles Mögliche zu tun, um das immer weiter zu optimieren, gerade was Gewalt- und Sexualstraftaten angeht. Und da gibt es eine Menge konkreter Schritte, die man tun kann. Aber selbstverständlich ist das nie perfekt und man wird nie eine Gesellschaft haben, in der es ein Null-Prozent- Risiko gibt. Mit dem Risiko rückfälliger Täter müssen wir leben. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber eine kleine Gruppe extrem gefährlicher Straftäter vom Profil eines Erich Hauerts wird immer im Gefängnis bleiben. Der beharrliche Kampf der Mutter von Pascal Brumann hat vieles bewirkt. Die Veränderung, die ich bewirken, hilft mich nicht über den Verlust hinweg zu helfen, sondern es gibt mir höchstens Befriedigung, dass nicht mehr passiert ist, dass man sehr verschieden einige Schicksale, tragische Schicksale verhindern konnte. Aber das hat nichts mit dem Verlust zu tun. Schicksale, Untertitelung des ZDF, 2020